Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieblingsnetz, willkommen zu einer neuen Folge von TUNIC. Wir müssen immer noch einige meiner Power-Ups finden. Wo wir das machen, ähm, ich weiß es nicht. So ehrlich bin ich. Vor allem müssen wir die Wichtigsten eigentlich finden, ne, mit Attacke und Verteidigung. Aber, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ähm, wo die sein könnten. Daher, ähm, ich gehe jetzt einfach mal ins... Guck mal, hier ist noch was. Was ich noch nicht freigeschaltet habe, warum habe ich das... Also, hier ist klar, geht's zum Endboss sozusagen, ähm. Ich gehe aber nochmal hier hin, da haben wir zwar schon was gefunden, aber das ist ja, glaube ich, das größte Gebiet. Von daher müsste doch da sicher irgendwas versteckt sein. Irgendwas irgendwo, hoffe ich. Aber wäre toll. Ja, okay. Ja, eine Karte wäre halt cool, aber, ähm... Das, äh... Das liegt hier wohl... Nicht drin. Schade, das geht nicht. Das wäre cool gewesen. Ähm... Guck mal, durch kleine Wände kann man durchgehen. Okay, das ist klar, dass das nicht geht. Ähm... Wait a minute. Ja. Hier ist ja gar nichts. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn eigentlich mit dem einen Schneegebiet da? Da weiß ich immer noch nicht. Da waren wir ja bisher noch gar nicht. Das... Das... Oh, das ist ja, glaube ich, gerade der Weg dorthin, oder? Ja, okay, da ist alles geschlossen. Gut. Dann halt nicht. Oh, guck mal, da geht's. Aha! Okay. Oh. Warum geht das nicht? Hallo. Das geht doch. Oh, guck mal da. Aha. Eine schreckliche Macht erhebt sich. Die Welt wird ins Verderben gestürzt. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Danke für die Info. Wirklich danke. Oh, guck mal, das kann ich... Hier war doch das eine dumme Geschütze, was mich die ganze Zeit gekillt hat. Jetzt ist es aber die Frage... Ah. Uh. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber... Ich finde es cool. Was ist hier? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm... Okay. Oh boy. Was ist das? Ja. Ja. Fragezeichen. Ich sehe... Hä? Äh. Ja, okay. Das ist alles Fragezeichen. Gut. Gehen wir wieder. Geht es hier durch? Ah, ja. Und jetzt? Geht es hier? Ich habe doch meine scheiß Lampe hier. Aber die bringt mir wohl gar nichts, hä? Ja, gut. Dann, äh... Können wir wieder raus hier, oder? Ja, ja. Das hat gar nichts gebracht. Auch gut. Wo bin ich jetzt hier? Oh, wow. Bin aber einmal im Kreis gelaufen. Okay, mehr sieht man hier nicht. Das ist super. Ähm. Ja. Und jetzt? Machen wir jetzt. War ich hier auch schon? I guess. Heilige Scheiße. Keine gute Idee. Ähm. Was ist hier? Ah, guck mal. Hier geht es runter. Okay. Eventuell bringt es was? Weiß es nicht. Kann ich das da mitnehmen? Oh. Ja, durch ist ja. Kann ich. Was ist es? Ah. Etwas, das mir aktuell nicht viel bringt. Ist es. Ist es. Ähm. Ähm. Keine Ahnung, was ich machen soll. Gehen wir nochmal hoch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Der ist kaputt. Auch gut. Ah. Zack. Ja, da ist ja wieder das Heldengrab. Ach ey, Jemine, du. Das kann doch wohl nicht sein. Kann doch wohl nicht sein. Dann bin ich ganz einfach am falschen Ort. Come on ey. Da, ach so. Gehen wir nochmal. Machen wir. Hier. Bei diesem einen Atoll da war ich noch gar nicht. Nein, das ist ganz falsch. Das ist ganz falsch. Das ist Bullshit. Bullshit ist, äh, ist, äh, ist, äh. Big Bullshit. Was ist hier schon wieder? Kein Plan. Aber es sieht nicht schlecht aus. Äh. Wait a minute. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Heng? Aber. What the fuck? Hier war ich doch gerade vorhin, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett... Gaga? Was ist das? Aha. Nein, nicht klettern. Trottel. Äh. Hä. Äh. Hä? Keine Wunie sein. Kann ich hier... Nein. Bin mir sicher, hier war ich doch gerade vor... Ja. Na klar war ich hier vorhin. Was ist hier schon wieder? Ist hier vielleicht irgendwas? Kann ich hier durch? Kann ich hier durch? Ja? Ah. Nichts Besonderes. Cool. Echt cool. Dass man, äh... Absolut gar keine Hinweise kriegt. Ehrlich gesagt, keine Lust, den Endboss... Äh. Komm, ich bin wieder hier. So zu... So zu probieren. Ähm. Ja. Das geht natürlich nicht, ne? Da hinten ist ja nochmal was, oder? Aber da komme ich nicht hin. Warum nicht? Leuchtet doch. Hello. Da ist man doch einfach so. Gehen wir halt da rein. Scheiß drauf. Scheiß drauf im Inneren des Ostgewölbes. Gehen wir mal raus hier. Wenn ich den Ausgang finde. Hauptebene. Ja, das ist ja super. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Vielleicht bringt mir ja das irgendetwas. Ne, da kam ich ja nicht raus letztes Mal. Stimmt. Ja, leck mich doch am Zück, galle. Das bringt auch nichts, oder? Ne, natürlich nicht. Guck mal, hier ist ja gar nichts. Also, hier ist schon was, aber... Da kann ich nie nach drüben. Geht nicht. Hier waren wir ja auch schon. Da habe ich auch schon was zurückgeholt. Ach, verdammte Scheiße, ey. Ich weiß es nicht. Ich bin einmal mehr überfordert mit diesem Spiel. Es ist, äh... Das ist doch bescheuert, sowas. Wirklich. Da findet man sich ja in Dark Souls besser zurecht, als in diesem Spiel. Und das ist ja eigentlich traurig. Lass dich doch einfach da nach hinten. Da, wo es leuchtet. Geht aber auch nicht. Ja, das geht natürlich auch nicht. Ha. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was ist das da? Hier war ich ja noch gar nicht... Oh! Ich habe was gefunden. Ha, ha. Oh boy, oh boy. Jetzt geht's aber los, du. Jetzt geht's aber los. Wo bin ich? Bei einem Schrein. Ist schön. Ist, äh... Ja. Toll. Heldengrab. Gehen wir mal da hin. Vielleicht, äh... Finden wir ja dort was... Brauchbares. Let's... Finden wir raus. Aber ich glaube... Ne, hier war ich doch auch schon, oder nicht? Oh Jesus. Oh boy. Warum leckt das jetzt plötzlich so? Danke für gar nichts. Ey. Ne, hier war ich noch nicht. Sag mal. Sollen die nur schießen? Aha. Wo ist er denn? Da oben. Oh Gott. Okay. Machen wir jetzt? Scheiße. Hei, 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 hei. Von da trinken die mich nicht, oder? Okay. Na, komm. Ja, gut. Arschloch. Ja. Wie hätte ich das denn machen sollen? Ja, gut. Ich hätte hier rauf gehen können, ich... Idiot. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Hab verstanden. Haha. Hab verstanden. Das ist, äh... Bomben. Einmal, oder? Was haben wir hier? Was kann ich hier machen? Nichts. Perfekt. Hört sich ja gelohnt. Was haben wir? Oh. Okay. Ich hab ein neues Power-Up gefunden. Okay. Das ist, äh... Boah, trefflich. Was ist es? Oh, der Angriff. Sehr gut. Das ist genau das, was ich verdammt nochmal brauche jetzt. Mehr Angriffskraft. Das ist alles, was ich will. Und alles, was ich brauche. Ja. Gut. Jetzt fehlen noch zwei Sachen. Das war doch die Angriffskraft. Ja, genau. Äh... Danke. Ja, dann können wir zurück. Cool. Ich freu mich. Per Zufall gefunden. Aber auch Zufälle sind Erfolge. Das ist das, was zählt. So, sind wir wieder im Ostwald. Da können wir ja, ähm... Können wir beim nächsten Mal noch ein bisschen nachforschen. Jetzt haben wir ein Power-Up gefunden. Das heißt, ist es okay für heute. Ich bereite mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.